Vertrauen ist ein sehr starkes Wort, Digga. Ein Wort mit sehr viel Bedeutung. Ich glaube, die meisten von euch haben schon Situationen erlebt, wo Leute, denen sie vertraut haben, dafür hättet ihr Hand ins Feuer gelegt. Ihr hättet auf denen alles geschworen, weil ihr gedacht habt, dem vertraue ich und trotzdem hat man ein Messer in den Rücken bekommen. Eine Person zu finden, der man zu 100% vertrauen kann, ist ein Segen, wenn man das hat.